so und dann müssten wir das ganze erstmal ein bisschen ausgraben hier hilft alles nix da muss jetzt mal raum rein brauchen jetzt platz nichts geht über platz außer noch mehr platz nächste kohle gibt es auch noch das muss jetzt mal sein wir müssen jetzt mal richtig schön hier mal ein arbeitskeller haben damit wir mal richtig loslegen können da ist unser cobblestone gegen gras wuchs müssen wir dann doch wieder austauschen naja was soll's ne hilft ja nix aber jetzt kann man gleich wenigstens schon hier treten so ne sache die muss sein kann das zum beispiel auch mal weg kann erstmal hier rüber dass wir hier laufen arbeiten können dann können wir den boden hier mal setzen uns nicht widersetzen den boden zu setzen wird übrigens nicht mehr viele updates geben von diesem modpack und auch so fixes und vielleicht noch mal die ein oder andere quests noch mal überarbeiten und sowas aber ansonsten bin ich ja nicht mit dem modpack mittlerweile schon relativ zufrieden so ein zwei kleinigkeiten die vielleicht noch abändern würde aber maximal ist das wirklich nur noch so klein klein krams und dann schüsseln wir mal ein paar mehr von small tiles die kohle müsste ich ja nicht raus nehmen wäre schade drum wenn wir die hier hier drin lassen irgendwie aber dann haben wir wenigstens vernünftigen raum zum treten ich kann hier auf leute eintreten dann kommt der dorthin davon brauchen wir dann halt mehr die decke die ist dann halt nur halb obwohl ich theoretisch ja gute frage ich könnte jetzt auch auf normal umspringen kann man das machen oder warte mal mach ruhig mal noch ein paar slaps machen wir zwei rein halt und dann kommen die großen erst dass ich das ein bisschen mehr zieht nur dass das machen wir jetzt schon mit einer stufe so lassen war das so können wir das lassen das kann man definitiv machen so müssen wir gucken woraus wir die wand hier machen dann machen wir die aus demselben material wie da oder wir finden noch was anderes das weiß ich auch noch nicht so ganz würde sich denn als wand sonst noch anbieten ich koche nämlich jetzt nicht noch steine bricks bricks nehmen so was doch wenn das alles die eine farbe ist das ist alles sehr grau und eintönig ähm wir haben doch slate wir haben doch slate oder ist das schon zu düster im keller kann man das aber machen oder das machen wir jetzt einfach mal gucken wie das nachher aussieht ähm ja wie weit kann ich hier noch gehen das würde ich gerne noch etwas ausnutzen draußen sowieso nacht da ja kein stress das einfach bis hier ziehen so was sind das denn jetzt für ein soundtrack das sagt mir jetzt auch schon wieder gar nichts lauter neue soundtracks ja ich habe auch ein bisschen expandiert ne muss ich nur noch anpassen das ist immer noch diese stream playlist die kann man übrigens auf spotify sogar hören ne also ich habe das als spotify playlist also nicht alles weil viele sind auch lokale dateien die ich dann einfach eine playlist geklatscht habe aber die sachen die auf spotify erhältlich sind die kann man dann auch sehen also wenn ihr da einfach ticket mal eingebt könnt ihr die gucken äh hören könnt die playlist gucken ja und dann hören so würde ich das gerne machen so das überspringe ich jetzt aber dennoch mal bleiben wir mal bei wunderbaren äh animal crossing soundtracks sooo slabs haben wir noch ein paar und mit ein paar meine ich wirklich ein paar im wahrsten sinne des wortes ähm ja dann haben wir hier unseren arbeitsraum der jetzt immer noch ziemlich klein ausfällt ein hammer wäre vielleicht mal angebracht aber hey wo ist das problem es gibt kein problem du bist das problem das alles so dann setzen wir nämlich hier einfach mal die decke jetzt auf diese höhe muss ich mich nur langsam und vorsichtig hier durchbauen und dann hier mal irgendwie das ergründen durch unbreaking 3 haben wir die spitzhacke immer noch nicht angekratzt die will ich eigentlich noch nicht nehmen die ist mir eigentlich momentan noch ein bisschen zu wertvoll hier ähm ja kann ich mal weg random junk dreck steine wobei ein paar muss ich behalten live stone äh das kann erstmal weg ich hoffe ich merke mir dass das hier drin ist slate ein bisschen müsste dann nur gucken dass wir dann auch ein bisschen was davon rankriegen sonst ist das ja doof so das ist ja auch super hier achso ich wollte eine spitzhacke eigentlich bauen haben wir noch osmiel am start jetzt gibt es eigentlich eine dark steel spitzhacke habe ich noch nie ergründet irgendwie gibt es darkpick ist sie gut kann ich was hey du kann man machen so somit haben wir dann hier einen schönen keller der kann jetzt wieder umgestellt werden hier das kann auch ein bisschen in die ecke ja fragt sich nur wie groß wir das machen das weiß ich gesagt auch noch nicht ja so krass ist hier jetzt auch eine echte spitzhacke ich glaube osmiel war schneller ja wir bauen bald auch noch chinkas so die frage ist nur wie weit wir das noch ziehen ich glaube hier mache ich noch nochmal einen kompletten voll und der nächste wird dann schon wieder anders sein mindestens gibt es hier slate müsste ich natürlich nur den auch komplett rausholen hier ne das was ich jetzt hier drunter unten drunter gelassen habe das muss alles raus den wollen wir ja haben siehst du mal wieder kst beats ewig ist es her guter Mann so ne hätte ich mir sparen können da jetzt brauche ich jetzt mal ein paar slaps wieder na siehst du reicht ja schon dann können wir hier nämlich schön das alles abmachen hier so die frage wie habe ich das denn gemacht der über dem slab ist noch ein ganzer so so ah siehst du passt ja dann habe ich das ja richtig gemacht sogar ich hätte theoretisch noch einen weiter gehen können aber wollen jetzt mal nicht übertreiben so ja sehr schön sehr schön sehr schön ähm das kannst du slate bricks das muss hier hin noch da brauche ich die so muss das hin ach tja das war die chisel so mal gucken wie weit wir da kommen oh reicht genau nice 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 so das muss auch nochmal so somit haben wir hier schon mal mehr oder weniger unseren keller angefangen warte ich brauche ja noch mehr slaps oh das sind ja zwei rein ich muss noch mehr slaps machen ohne kacke das gibt es ja wohl nicht das ist ja nicht zu fassen na gut na ist das so ja da kommen wir jetzt nicht dran vorbei das muss jetzt mal sein eine halle wäre jetzt vielleicht schneller gegangen weil wir dann einfach was aufgebaut hätten hier müssen wir natürlich alles erstmal ausfüllen aber ich glaube so maschinen krams erstmal unterirdisch verstecken ist gar nicht so doof so 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 ja sieht auf jeden fall aus wie so ein schöner keller ne man jetzt noch machen könnte theoretisch wenn man lustig ist das rausziehen hier ja genau das so mach die fackel dann hier hin stattdessen warum nicht ne könnte man auch überlegen ob man hier einen hoch zieht aber ich glaube das sieht nicht aus tja keine ahnung ich lass es erstmal aber ich glaube den baue ich wieder ab äh so dann wir haben ja zwei reihen slaps zwei drei vier vergang jetzt merk man das das ich hier geschummelt habe ja wenn man rüber läuft dann merk man es Weil das dann kein Steinsound ist. Schade eigentlich, dass das mit den Sounds nicht hinhaut da. Das sind alles nur Dreck-Sounds dann. Oder Gravel oder... Naja, ich weiß auch nicht so ganz. Irgendein Dreck-Sound ist das, wenn man da rüber läuft. Da hätte ich aber einen anderen Sound ausgewählt als Standard-Sound, wenn ich nur eins zur Auswahl hätte. So, dieses Kupfer gibt es ja auch hin und wieder mal. Ich muss auch nicht alles rausholen, oder? Aber ich weiß auch nicht. Wenn ich es jetzt kleben lasse, dann ist es auch wieder falsch. Wird ja rumgejammert hier. Halti, da war doch noch was! Schnauze! Ja, das ist natürlich ein Ausgegrabe ohne Ende hier. Da müsste man wirklich mal einen Hammer bauen. Ich will nicht. Dass ich den aus irgendeinem blöden Material bauen. Klar, man kann die nachher wieder ändern, aber... Oder sich ein neues bauen dann, aber... Nein. 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 Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir Platz haben. Ja, und vor allem, dass wir auch... Arbeiten können hier. Entrى in diesem видео! Ja, dass wir jetzt hierher kommenot Seben. Auf calf's fünf bis nach aims! Wir fielen. Untertitelung. BR 2018